Und er sagte, wenn du bereit bist, deine Komfortzone zu verlassen, kann Gott etwas tun. Aber wenn du dazu nicht bereit bist, wird er dich auch nicht gebrauchen. Und das werde ich nie vergessen. Ich denke, das ist auch eine Botschaft für uns alle. Wenn wir als Christen in unseren Komfortzonen bleiben, dann stecken wir fest. Herzlich Willkommen im Open Doors Hoffnungszentrum für verfolgte Christen. Danke, dass du heute dabei bist. Das wird spannend, denn wir haben einen neuen Gast. Es ist Rienk und er ist Koordinator für den Nahen Osten. Rienk, herzlich Willkommen bei uns. Vielen Dank. Rienk, manchmal schaut man auf sein Leben zurück und sieht all die Segnungen. die man bekommen hat. Und uns würde heute sehr interessieren, wie bist du aufgewachsen? Zum Beispiel, bist du schon in eine christliche Familie hineingeboren? Ja, ich wurde in eine christliche Familie hineingeboren, in eine ziemlich große Familie. Und ich möchte gleich zu Beginn sagen, dass das bei der Arbeit im Nahen Osten sehr hilfreich ist. Wenn man sagen kann, dass man aus einer großen Familie kommt, wird man sofort akzeptiert und aufgenommen. Das war gut. Also ja, eine christliche Familie. Ich ging schon als Kind in die Kirche. Natürlich habe ich die Gottesdienste nicht immer genossen, aber ich erinnere mich, dass ich immer sehr beeindruckt war, dass der Pastor in dieser protestantischen Umgebung dieses beeindruckende, schwarze Gewand trug. Und am Ende der Predigt, am Ende des Gottesdienstes, gab er der Kirche, der Gemeinde den Segen. Er hielt seine Hände so. Und das werde ich nie vergessen. Als junges Kind hat mich das sehr beeindruckt. Also fing ich an, dieses Verhalten zu kopieren und zu übernehmen und spielte Sonntagabends mit meinen Brüdern und Schwestern Kirche. Mit den sieben Geschwistern, die ich habe. Und ich war dabei natürlich der Pastor und segnete meine Brüder und Schwestern. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt nutzte Gott das, um mir zu sagen, ich solle darüber nachdenken, was ich sein und werden möchte. Aber zurück zu meiner christlichen Erziehung. Ich erinnere mich, dass meine Eltern immer auf ihren Knien beteten. Das ist wahrscheinlich etwas, von dem wir lernen können. Denn manche Leute beten sehr willkürlich. Aber sie gingen auf die Knie, wenn sie ins Bett gingen. Sie beteten für uns, erzählten uns von ihrem Glauben und ihren Geschichten. Jetzt ist es ja manchmal gar nicht so einfach. Man wechselt in einer christlichen Familie auf, aber es ist ja noch nicht dein eigener Glaube. Wie war das für dich, weil du auch gesagt hast, mal bist du gerne, mal nicht so gerne in die Kirche gegangen. Musstest du in die Kirche gehen? Wollten sie, dass ihr immer mitkommt als Kinder? Ich habe es nie als ein Muss empfunden. Aber natürlich hat man manchmal das Gefühl, oh, die Freunde, die nicht in die Kirche gehen, spielen, während wir im Gottesdienst sind Fußball oder so. Das wollten wir auch tun. Aber ich glaube, ein Segen war, dass es in meiner Kirche viele junge Leute gab. Es gab also eine Menge. Manchmal sind wir nur in die Kirche gegangen, um die anderen zu treffen. Man wollte seine Freunde sehen und wir trafen sie in der Kirche. Und dazu gehörte eben auch, dass man in den Gottesdienst ging. Aber nach dem Gottesdienst gab es Kaffee, Tee, Aktivitäten und so weiter. Es war also kein Muss. Aber die Art und Weise, wie meine Eltern lebten, hatte etwas Anziehendes. Und ich glaube, dass Gott durch sie wirkte, um mich zu ihm zu bringen. Kannst du dich an irgendeine Situation erinnern, wo du sagst, das ist lange, lange her, aber ich erinnere mich dran, da war mir Gott nah oder ist er mir begegnet? Ja, ich glaube, ich überspringe einen Teil meiner Jugend. Aber ich war im Jugendkreis sehr aktiv. Eine Gruppe für Jugendliche ab 16 Jahren. Und wir hatten einen Missionar aus dem Iran zu Gast, der zu uns sprach. Durch seinen Vortrag hat er meine Weltanschauung sehr geprägt. Er erzählte uns, wie Gott in einem Land wie dem Iran wirkt. Damals war es für mich noch ein weit entferntes Land. Und wir hatten diese amerikanischen Missionare, die dort sehr aktiv waren. Er hat uns als Jugend in der Kirche ganz schön aufgemischt. Und er sagte, wenn du bereit bist, deine Komfortzone zu verlassen, kann Gott etwas tun. Aber wenn du dazu nicht bereit bist, wird er dich auch nicht gebrauchen. Und das werde ich nie vergessen. Ich denke, das ist auch eine Botschaft für uns alle. Wenn wir als Christen in unseren Komfortzonen bleiben, dann stecken wir fest. Man lebt in seiner eigenen Blase. Und er hat mich damals motiviert. Gott hat ihn benutzt, um mich aus meiner Komfortzone zu locken. Und ich muss sagen, dass ich ständig aus meiner Komfortzone gelockt werden muss. Jetzt, aus der Komfortzone herauszukommen, beginnt ja eigentlich, wenn man an ein Leben mit Jesus denkt, erst mal damit, dass man sagt, okay, ich möchte nicht mehr mein eigenes Leben leben, sondern, Jesus, ich möchte jetzt anfangen, das mit dir zu leben. Du bist Koordinator für den Nahen Osten. Wir sprechen hier im Westen von etwas wie, ich habe mein Leben Jesus gegeben. Ich weiß gar nicht, ob man das im Nahen Osten so ausdrücken könnte. Oder wie würdest du dich darin beschreiben, dass du Jesus immer näher gekommen bist? Ja, ich habe diese Frage schon erwartet. Was war der Moment, in dem du dein Leben Christus übergeben hast? Und ich glaube, das ist es, was man im Westen oder in den evangelikalen Kirchen oft hört. Aber was ich von der Kirche im Nahen Osten gelernt habe, und wohlgemerkt, die Kirche wurde im Nahen Osten gegründet. Jesus wurde in Bethlehem geboren. Und so sind dort auch die Wurzeln der Kirche. Und die Kirche ist immer noch da, wenn auch kleiner als früher. Es ist also nicht meine Entscheidung, mein Leben Christus zu übergeben, sondern es war Gottes ursprünglicher Plan, mit den Menschen in Israel zu beginnen und dann durch Israel den Rest der Welt zu erreichen. Seine Kirche ist von Generation zu Generation da gewesen. Im Nahen Osten spricht man viel von Generationen. Und deshalb ist es gut, dass du mich nach meiner Familie gefragt hast. Gott begann mit meinen Eltern und mit meinen Großeltern. Und so geht es immer weiter. Laut der kirchlichen Tradition gibt es zu einem gewissen Punkt einen Moment, in dem man öffentlich bekennt, ich möchte zu dieser Gruppe von Menschen gehören. Ich möchte zu Jesus gehören. Aber ich wurde nicht damit erzogen, jetzt gibst du dein Leben an Jesus. Nein, Jesus hat sein Leben zuerst für mich gegeben. Und ich habe darauf geantwortet. Und das ist es, was ich in der Kirche im Nahen Osten oft sehe. Dass die Leute sagen, Gott, und das ist sehr biblisch, Gott ist der Gott von Abraham, Isaak und Jakob. Von Generation zu Generation. Er ist treu. Sein Bund ist da. Und so macht er den Anfang. Ich reagiere nur auf seinen ersten Schritt. Ich finde es wunderschön, wie du das ausdrückst, weil wir ja eigentlich in unserer Gesellschaft gar nicht mehr so sehr auf die Väter und Vorväter achten. Wir sind auch nicht so gut da drin zu sagen, weißt du noch, was Gott Gutes getan hat in der vorherigen Generation? Wir brechen eigentlich eher Generationen auf und fragmentieren sie, packen sie weg. Aber was du sagst, bringt uns eigentlich in eine ganz neue Welt sozusagen. Ja. Das heißt, wenn du zurückschaust auf dein Leben, würdest du resümieren und sagen, ja, Gott hat sich schon immer gezeigt in diesen ganzen Generationen vor mir. Er war da. Ja, ich muss sagen, bei mir, die Generationen vor meinen Eltern, ja, da war Gott am Werk. Es ist nicht, es war keine perfekte oder ideale Situation. Es gab auch eine Menge Probleme. Aber Gott ist treu und das ist das Muster, was die Bibel uns immer wieder zeigt. Und wir sind Menschen der Bibel. Gott fing mit den Israeliten an. Sie versagten im gesamten Alten Testament immer und immer wieder. Sie vermasseln es immer wieder. Aber er ist treu. Und dann muss er sie zurechtweisen. Und auch in meiner Familie mussten wir zurechtgewiesen werden. Vielleicht sind wir vom Weg abgekommen. Vielleicht bin ich vom Weg abgekommen. Ich sage gerade vielleicht. Aber natürlich bin auch ich vom Weg abgekommen. Aber Gott bringt einen jedes Mal zurück zu seiner Liebe und zu seinem Anfang. Als Christen, finde ich, haben wir ein äußeres Leben. So als Christen, wie wir funktionieren, wie du sagst, wir gehen zur Kirche oder gehen zu Kreisen oder wir versammeln uns und so weiter. Und wir haben dann dieses innere Leben, von dem wir eigentlich wirklich leben, aus dem das Leben quillt. Und wenn du sagst, Jesus war zuerst einmal da für mich, gab es einen Moment, wo du sagst, es hat mich so berührt, es hat mich so ergriffen, dass ich sagen musste, das ist der Sinn meines Lebens. Ja, ich denke, man geht in die Kirche und man studiert die Bibel mit seinen Freunden. Aber wenn die Bibel, und ich habe sie natürlich mitgebracht, nicht zu einem sehr persönlichen Buch wird, verlieren wir den Bezug. Und es gab einen Vers, der mich sehr angesprochen hat, aus dem Johannesevangelium, der davon handelt, dass Jesus uns und mich als seine Freunde bezeichnet. Das ist etwas ganz Besonderes, denn es zeigt, welch innige Beziehung er zu uns haben möchte. Und dann sagt er, es gibt keinen besseren Freund als den, der sein Leben für seine Freunde hingeht. Und dieser Vers hat mich tief getroffen. Paulus schreibt später, dass Jesus sein Leben gab, noch bevor er Freunde wart, als er noch Feinde wart. Und das hat mich im positiven Sinne sehr getroffen. Und das war auch der Punkt, an dem ich das Gefühl hatte, dass ich Jesus nicht mehr beiseite schieben kann, wenn er das zu mir gesagt hat. Und nach diesem Muster lehrte er mich und uns auch, Freunde zu sein, wie er ein Freund ist. Was natürlich wieder deiner Aufgabe im Moment sehr entgegenkommt, weil der Nahe Osten ein Raum ist, in dem Freundschaft sehr viel zählt und Beziehung sehr viel zählt, gell? Ja, absolut. Ich meine, Jesus sagte dies in einem Kontext, in dem die Menschen oft als Sklaven verachtet wurden. Er sagte, nein, ihr seid nicht meine Diener. Er sagte sogar an dieser Stelle, ihr seid meine Freunde. Und ja, du hast recht. Ich meine, der Nahe Osten ist ein Ort der Gemeinschaft und des Miteinanders. Damit sind wir wahrscheinlich wieder bei dem Punkt, den du bereits angesprochen hast. Die Menschen sagen nicht, ich gebe mein Leben Jesus. Nein, es ist eine Wir-Sache. Es ist der Leib Christi, die Kirche. Wir sind eine Gemeinschaft und das steht sogar im Alten Testament. Joshua sagt, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Aber du hast recht, im Bereich der Freundschaft, der Gemeinschaft ist der Nahe Osten so stark. Und Jesus will, ich denke, dass es auch in Jesu Sinn ist, dass wir vom Nahen Osten lernen. Ja, ich freue mich auch schon auf die nächsten Folgen, was das betrifft. Ich möchte kurz mal zurückgehen nochmal zu dem Moment, als du gesagt hast, du hast angefangen, deine Geschwister zu segnen in dem Talar sozusagen als Pastor. Du warst der Anführer der Truppe. Wolltest du dann Pfarrer werden? Wolltest du Priester werden? Ja, ich hatte immer mit der Tatsache zu kämpfen, dass ich glaubte, Gott will, dass ich Pastor werde. Und das hat mir gefallen. Ich mochte die Bibelstunden und solche Dinge. Mir war nicht klar, dass es ein bisschen mehr ist als das. Aber irgendwann kommt der Punkt, an dem man seine Entscheidung treffen muss. Für mich war das, werde ich Theologie studieren oder werde ich, wie mein Vater, ein internationaler Geschäftsmann? Ich setzte mich damit auseinander, aber sechs Jahre an der Universität studieren, meine Güte, kann man sowas machen? Ich bin eher ein pragmatischer Mensch und ich hatte einen sehr guten Mentor, was zur Schulzeit sehr wichtig war. Er kannte mich und meine Familie und sagte, Rink, warum studierst du nicht internationale Wirtschaft? Es interessiert dich. Mein Vater brachte auch all diese Geschäftsleute aus dem Ausland mit nach Hause. Der internationale Rahmen war also gegeben. Und er sagte weiter, wenn Gott dich beruft, kannst du später immer noch Pastor werden und Theologie studieren. Um es kurz zu machen, ich habe ein internationales Wirtschaftsstudium absolviert, war zehn Jahre lang im Unternehmenssektor tätig und hatte dann das Gefühl, Herr, das ist zu viel für mich, was kommt als nächstes? Und dann hat er mir einen Weg gezeigt, wie ich, so wie ein Pastor, Menschen segnen kann. Nur auf eine andere Art und Weise. Ja. Das ist so interessant, dass sich schon von Anfang an so ein Bild formt. Du hast sechs Jahre studiert, du trägst einen Ring. Hast du eine Frau kennengelernt? Ja, ja. In dieser Zeit oder danach? Nein, ich habe geheiratet. Im Nahen Osten sage ich immer, nur eine Frau. Das ist sehr wichtig. Ich war 27, als ich geheiratet habe. Davor waren wir, ich glaube, nach anderthalb Jahren, haben wir uns verlobt. Ich habe meine Frau also erst mit 25 Jahren kennengelernt. Ich war zu sehr beschäftigt, um mich mit Mädchen zu treffen, lass es mich so ausdrücken. Aber dann haben mich die Mädchen auf etwas aufmerksam gemacht. Meine Frau und ich haben in einem A Cappella-Chor gesungen. Ich leitete einen Jugendchor, nicht als Dirigent, aber ich war im Vorstand dieses Chores. Ich habe alle möglichen Dinge in der Kirche und außerhalb der Kirche gemacht und natürlich studiert. Aber dann habe ich eines Abends gesungen und auch das Programm des Abends moderiert. Und als ich danach aus der Kirche kam, klebte ein kleiner Zettel an der Tür meines Autos. Und da stand, tolle Arbeit. Und dann der Name meiner Frau. Und ich dachte, okay, sie versucht mir mehr zu sagen, als nur, dass ich das gut gemacht habe. Also wollte ich sie kennenlernen und lud sie ein, Teil eines Teams zu sein, das ein Jugendlager leitete. Nur um sie besser kennenzulernen. Ich gab vor, dass ich nicht so sehr an ihr als Person interessiert war. Sehr schlau, sehr schlau. So ist es gelaufen. Aber ich meine, Gott hat sie benutzt. Sie war klug. Und sie hat sich irgendwie in mich verliebt. Das verstehe ich immer noch nicht, aber das ist ein anderes Thema. Aber sie musste mich wachrütteln. Und du sagst, du kommst aus einer großen Familie. Habt ihr eine große Familie gegründet? Ja, wir haben fünf Kinder. Aber das war nicht selbstverständlich, denn wir haben mit der Adoption von drei Kindern begonnen. Und dann sagte Gott, ich werde euch auch auf eine andere Weise segnen. Und so wurde meine Frau schwanger. Und der Arzt sagte, das sei ein Wunder. Wir sagten, ja, das ist ein Wunder. Wir glauben an Wunder. Wir hatten also ein gutes Gespräch mit dem Arzt. Und dann wurde sie wieder schwanger. Und so wuchs unsere Familie. So hat Gott uns gesegnet. Rienk, nochmal zurück zu deiner Arbeitszeit. Nach deinem Studium hast du was gemacht. Ja, im Nachhinein denke ich, dass Gott mich bewusst im Nahen Osten, im Unternehmenssektor eingesetzt hat. Denn ich wurde Teil einer internationalen Ölgesellschaft, Kuwait Petroleum. Kuwait ist ein Teil der arabischen Halbinsel, sozusagen ein Teil des Nahen Ostens. Während des ersten Golfkriegs begann ich mit dem Handel im Business-to-Business-Bereich. Wir haben große Gewinne erzielt. Und ich habe es genossen, um ehrlich zu sein. Wir hatten auch ein Team von Vertretern, die Öl an Transportunternehmen verkauften, die auch mit dem Nahen Osten verbunden waren. Aber letztendlich musste man es den Anteilseignern recht machen. Und ich hatte das Gefühl, dass ich das nicht mehr lange machen konnte. Aber ich habe eine Menge gelernt. Im Unternehmenssektor gibt es eine Mentalität, die nichts Unsinniges duldet. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Kirche oder das Reich Gottes auch etwas von dieser Mentalität brauchen könnte. Ich erinnere mich, dass ich meinem Chef einen Geschäftsplan oder so etwas vorlegte. Und er sagte, Rink, das ist Müll. Nochmal von vorn. Okay. Und das hat mir sehr geholfen, nicht zu schnell mit Müll, mit unfertigen Gedanken zu kommen, sondern Dinge zweimal zu durchdenken. Der Unternehmenssektor war also ein Segen. Und danach hast du was gemacht? Dann wurde ich auf eine freie Stelle bei einer großen internationalen gemeinnützigen Organisation aufmerksam. Ich wurde Kommunikationsdirektor und war in die Arbeit für die Ärmsten der Armen eingebunden. Und ich hatte das Gefühl, Gott, das ist es. Das ist ja diametral. Erst reich, dann gehst du zur Armut, oder? Ja, ja, ja. Aber ich habe in dieser Organisation so viel gelernt. Zuerst in Europa und später im Nahen Osten. Ich wurde Teil der Führungsspitze der Arbeit im Nahen Osten und in Osteuropa. Ich habe viel darüber gelernt, wie man Nothilfe leistet, wie man sich für andere einsetzt, wie man kommunale Entwicklungsprogramme verwaltet und dergleichen. Auch das gehörte also letztlich zu seinem Plan. Ring, das nächste Mal werde ich dich fragen, wie kam deine Verbindung zu Open Doors zustande? Aber zum Schluss dieser Folge würde ich gerne wissen, gibt es ein Credo? Hast du ein Credo aus dieser Zeit gewonnen, das du uns gerne mitteilen möchtest? Ja, ich habe ein sehr wichtiges Credo. Es ist kurz und auf den Punkt. Der Gründer dieser internationalen Organisation sagte, dass unsere Herzen durch die Dinge gebrochen werden sollten, die das Herz Gottes brechen. Unser Herz soll durch das gebrochen werden, was das Herz Gottes bricht. Und es macht mich immer noch emotional. Darum mache ich das hier. Darum sind wir als Christen dazu aufgerufen, zu dienen. Der Gott, dessen Herz durch das Chaos, das wir angerichtet haben, zerbrochen ist, will uns gebrauchen, um etwas Hoffnung zu bringen. Als er das gesagt hat, war das für dich sofort wie ein Pfeil, der dich getroffen hat, oder eher der Beginn eines Prozesses, wo du gesagt hast, Herr, brich mein Herz für die Dinge. Ich würde sagen, es war eher eine Bestätigung dessen, was bereits in mir kochte oder brodelte. Und dann kam Gott mit diesem Spruch zu mir. Ring, herzlichen Dank. Darf ich dich am Schluss bitten, zu beten, dafür, dass Gott unser Herz bricht für das, worüber er weint. Herr, vielen Dank, dass du zu uns sprichst und dass du uns dazu benutzt, um uns gegenseitig zu zeigen, was unsere Berufung ist und wozu wir als Christen berufen sind. Herr, es ist schmerzhaft, dass dein Herz gebrochen ist und dass du auch unsere Herzen brichst. Aber du bist auf diese Welt gekommen, um zu heilen. Und du willst uns benutzen, um anderen Heilung zu bringen. Hilf uns, das zu tun. Amen. 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 Herzlichen Dank, Ring. Ich freue mich schon sehr aufs nächste Mal. Ich hoffe, du dich auch. Und wir wünschen dir eine wunderbare Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wollen auch Sie verfolgte Christen unterstützen? Werden Sie Open Doors Gebetspartner und erfahren Sie monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen. www.opendoors.de slash magazin www.opendoors.de